In diesem Video geht es heute um lineare Gleichungssysteme und zwar schauen wir uns an, wie wir diese grafisch lösen können. Zuerst einmal müssen wir klären, was überhaupt ein Gleichungssystem ist. Dazu sehen wir uns diese Aufgabe an. Die Summe zweier Zahlen ist 6, die Differenz ist 2. Wie lauten nun die beiden Zahlen? In dieser Aufgabe sind zwei Informationen versteckt. Einmal, dass die Summe der beiden Zahlen 6 ist und dann noch, dass die Differenz der beiden Zahlen 2 ist. Diese beiden Informationen werden wir nun in Gleichungen verpacken. Die erste Information, also die erste Gleichung, siehst du hier. Und zwar geht es hier um die Summe der beiden Zahlen. Die zweite Information siehst du in dieser Gleichung. Hier geht es um die Differenz. Die eine Zahl heißt x, die andere Zahl heißt y. Um die Summe zu bilden, haben wir also x plus y ist gleich 6 und bei der Differenz x minus y ist gleich 2. Nun haben wir diese beiden Gleichungen. Um das Ganze aber grafisch lösen zu können, müssen wir die Gleichungen noch in eine bestimmte Form bringen. Und zwar müssen wir die Gleichungen in die Form y ist gleich bringen. y ist gleich, kennst du bereits von den Funktionen. Ich starte mit der ersten Gleichung, die lautet x plus y ist gleich 6. Das Ganze formen wir um mit minus x. Dann erhalte ich für die erste Gleichung y ist gleich minus x. Minus x setze ich in diesem Fall gleich nach dem ist gleich, damit wir wieder die Form der Funktionsgleichung y ist gleich kx plus d haben. Das Gleiche machen wir nun für die zweite Gleichung. x minus y ist gleich 2. Hier formen wir um mit minus x. Dann bleibt minus y ist gleich minus x plus 2. Und diese Gleichung multiplizieren wir noch mit mal minus 1, damit wir y ist gleich x minus 2 erhalten. Hier siehst du nun die ursprünglichen Gleichungen leicht ausgegraut und die soeben umgeformten Gleichungen darunter. Nun können wir die beiden Gleichungen, die jetzt aussehen wie Funktionen, in ein Koordinatensystem zeichnen. Was wir hier schon ablesen können aus der Funktionsgleichung ist, dass die Steigung minus 1 ist, die Funktion ist also fallend, und d der y-Achsenabschnitt ist 6. Hier siehst du also den passenden Funktionsgrafen. Bei der zweiten Gleichung sehen wir, dass die Steigung 1 ist und der y-Achsenabschnitt minus 2. Wenn wir nun beide Gleichungen, also beide Funktionen, nun in dieses Koordinatensystem eingezeichnet haben, erhalten wir nun hier an dieser Stelle einen Schnittpunkt. Die Koordinaten dieses Schnittpunktes sind jetzt die Lösung für unser Gleichungssystem. Du siehst hier, dass die x-Koordinate des Punktes 4 ist und die y-Koordinate ist 2. Die Lösung für x ist nun also 4, die Lösung für y ist 2. Das Ganze möchte ich nun noch kurz überprüfen. Ich setze also in die Gleichungen die beiden Zahlen ein. Statt y 2, statt x 4. Und wir erhalten bei der ersten Gleichung 2 ist gleich minus 4 plus 6 und bei der zweiten 2 ist gleich 4 weniger 2. Würde ich beide Gleichungen nun ausrechnen, bekomme ich bei beiden 2 ist gleich 2 und ich weiß somit, dass die Gleichung stimmt. Leider erhalten wir nicht bei jedem Gleichungssystem so eindeutige Lösungsfälle. Hier siehst du nun die drei möglichen Lösungsfälle aufgeführt. Der erste Lösungsfall, nämlich genau eine Lösung, wurde soeben im Video gezeigt. Die beiden Geraden schneiden sich und wir erhalten eine eindeutige Lösung, in diesem Fall das Wertepaar 1 und 2. Der zweite Lösungsfall wäre keine Lösung. Hier siehst du, dass die beiden Geraden parallel verlaufen. Sie haben also die gleiche Steigung. In diesem Fall ist die Lösung eine leere Menge, weil es keine Lösung gibt. Im letzten Fall siehst du noch, dass es unendlich viele Lösungen geben kann. Hier sind die beiden Geraden ident und jedes Wertepaar, das auf dieser Wertepaar aus der Grundmenge. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.